Und wo wir einmal über Berlin reden, haben wir hier zwei Berliner am Start, die tatsächlich mein Leben revolutioniert hätten, wenn denn ihre Idee bereits vor zehn Jahren am Start gewesen wäre. Da gucke ich einmal, nicht die Höhle der Löwen und schwuppdiwupp verpanse ich das Highlight des Jahres, denn alle reden über eure Mathe-App, Maxim und Raphael. Was ist da los? Das ist ja, was war denn da? Keine Ahnung, es war, glaube ich, Unerfahrenheit. Ich glaube, es war einfach so, dass zwei junge, kranke Typen angekommen sind mit einer lustigen Idee und mega dreist waren. Das war halt geil. Schon mal die besten Voraussetzungen. Dreistigkeit deswegen, das muss man vielleicht mal vorne weglegen, vielleicht haben manche Leute das nicht gesehen. Ihr kamt rein und ihr wolltet ein Investment von zwei Millionen Euro für eure Math42-App. Ja, da haben die Leute schon ein bisschen komisch geschaut, als sie das gesehen haben. Das haben sie noch nie erlebt. Gibt es aber dann auch wiederum Ausschnitte, wo der eine Typ zu dem anderen sagt, das Ding, das verkaufe ich für 100 Millionen. Show-Business-Rules. Es ist so, was, was, also der Markt ist riesig, wir sind alleine, das verkauft sich halt gut, sowas zu sagen und uns zu sagen, ja, da sind neue Mark Zuckerbergs und so Blödsinn. Den muss man nicht unbedingt ernst nehmen. Andererseits, also wie gesagt, ihr werdet ja gehandelt als neue Mark Zuckerbergs. Wie fühlt sich denn das an? Also ich meine, eure App ist unfassbar steil gegangen. Es gibt es momentan noch nicht für Android, sondern nur für Apple-Produkte sozusagen. Aber ist trotzdem so unfassbar steil gegangen. Wie fühlt sich denn so ein plötzlicher und krasser Erfolg an? Es ist halt schon lustig, wenn man sieht, dass so eine langweilige, in Anführungszeichen, Mathe-App for Angry Birds und Call of Duty im Apple Store ist, auf Platz 1. Das ist schon geil. Voll! Aber, ja, es ist halt noch ein bisschen so surreal. Wir peilen das, glaube ich, auch noch nicht ganz. Also vor einer Woche hat uns doch niemand gekannt. Ja, vielleicht unsere Freundin und dann kommt halt diese Show. Ganz top, jetzt müsst ihr mir das ganz kurz erklären. Ihr redet ja wie Pros, ne? Also wie gesagt, ich habe ja gestern nicht zugeschaut. Ich habe nämlich gestern Big Brother geguckt. Das war übrigens ganz toll. So, und ihr habt eine App entwickelt, die im Prinzip jegliche mathematische Formel im Rahmen des Schulunterrichts löst und erklärt. Genau. So, gut. Und die habt ihr vorgestellt bei der Höhle der Löwen und dort sind halt jeweils vier, fünf Investoren, die eventuell Start-ups mit unterstützen, sich einkaufen und dem Ganzen dann quasi auf dem Markt, auf dem Wirtschaftsmarkt helfen erfolgreich zu werden. Ihr wart dort, habt euer Produkt vorgestellt und das hat für Aufsehen erregt, weil ihr einfach so frech wart und zwei Millionen gefordert habt. Und am Ende tatsächlich nicht genommen wurde, ne? Ja, wir wurden fast genommen. Also es war schon eine kleine, also wir waren vielleicht ein bisschen frech, aber ich glaube. Ja, es ist auch, also in der Sendung kommen ja nur 15 Minuten vor. Wir waren drei Stunden unten. Also es war eine richtig harte Verhandlung. Drei Stunden? Man sieht auch wenig. Ja, und als wir da rausgingen, da hatten wir schon fast Augenringe gehabt. Ja, aber es ist, es spiegelt auch nicht wirklich so die Realität wieder, ne? Also wenn man so normalerweise von Investment redet, dann dauert es nicht drei Stunden, sondern du redest echt vier Monate, bis du wirklich dann das Geld auf dem Konto hast, wenn es gut läuft. Normalerweise dauert es länger. Aber man muss die Show schon loben, wie sie so solche Themen wirklich den Massen, ne, aber so anschaulich erklärt. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu verstehen. Das ist eine versteckte Welt, die niemand sonst, also zu Gesicht bekommt, wenn jetzt mit dieser Show. Eben, und das finde ich nämlich auch so faszinierend, weil ich wüsste nicht, wie sowas vonstatten geht, weil ich kein Business habe und weil ich auch weit weg bin davon, zum Beispiel so eine App zu entwickeln. Bedeutet für euch, ihr habt zwar jetzt nicht die zwei Millionen bekommen, die ihr gefordert habt, aber ich meine, danach ist der Download eurer App natürlich auch in die Höhe geschnallt, weil das super viele Leute gesehen haben. Ja, in der letzten Woche 250.000 Downloads in Deutschland und das ist einfach nur krass. Weltweit knapp eine Million User. Genau, über eine Million. Über jetzt. Über eine Million. Mit dem, was dazu gekommen ist. Mega krass. Also ich finde das super krass und denke mir, ich meine, ich muss mal dazu sagen, ihr seid 18 und 19 Jahre alt. 19 und 20. Oder 19 und 20. Die Show wurde vor sechs Monaten aufgenommen. Alles Gute nachträglich. Danke, danke, danke. Aber ihr seid ja noch mega jung. Heute darf man übrigens Happy Birthday singen ohne GEMA-Geschnall zu zahlen. Ich weiß. Happy Birthday to you. Ohne GEMA. Was für mehr Spaß. Auf jeden Fall, ihr seid wahnsinnig jung, aber ihr arbeitet ja auch schon ganz lange an dieser App. Wann habt ihr damit angefangen? Mit 14 und 15? Ja, vor fünf Jahren. Krass. Und es war ein ziemlich langwieriger Prozess, das Ganze aufzubauen. Es gab wirklich Phasen, wo man ziemlich optimistisch war. Andere Phasen, wo man gedacht hat, das geht hier nicht mehr voran. Wir kommen nicht mehr voran. Wir machen keine Fortschritte mehr. Und zu sehen, dass wir jetzt so einen Erfolg haben, das ist schon wahnsinnig herzwerwärmend. Also vor allem, das muss man mal dazu sagen, das ging jetzt nicht so zack und ihr wart dann plötzlich auf dem Plan, sondern ihr arbeitet ja schon richtig lang dran. Ich habe es gerade schon im Chat gesehen, bevor irgendjemand angefangen hat zu spammen, da stand, steht die 42 für die Antwort auf alles. Also wer ein paar Anhalter durch die Galaxis kennt, steht dafür. Wir wollen natürlich oft, also zumindest im Bereich Mathematik, die Antwort auf alle Fragen sagen. Ja, und das ist nämlich mega krass. Also Maurice und ich, wir sind die Obermatte-Loser, schlechthin. Nein, 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 ich möchte ganz kurz betonen. Ich war im zweiten Halbjahr der elften Schulklasse, hatte ich 10 von 15 Notenpunkten. Das war wirklich nicht schlecht. Und ich möchte sagen, ich hätte danach bestimmt auch weiter 10 Punkte gehabt, wenn ich nicht der Annahme war, es würden 3,5 Jahre im Abitur reichen. Leider sagte man mir kurz vor Beendigung des Abiturs, dass ich 5,5 Jahre einreichen muss. Dann waren die 4 und die 3 Punkte halt auch noch mit drin. So, äh, Raphael, magst du mal nachlegen mit deinen Punkten damals? Nein, will ich nicht wissen. Ich war nie der Beste, ich war nie der Beste. Achso, ist das aber so die Nummer jetzt unterfordert gewesen? Nein, 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 ich hatte in Mathe immer ein wahnsinniges Problem. Ich habe mich verrechnet. Ich konnte die Sachen, aber ich habe mich verrechnet. Aber woher kommt es? Mathe hat nichts mit Rechnen zu tun. Ah ja, okay. Das sind zwei verschiedene paar Dinge. In Mathe geht es eigentlich darum, wie in der Philosophie oder in anderen Bereichen zu denken, okay, ich habe einen Punkt A, ich muss zum Punkt B kommen und ich muss das jetzt in Schritt unterteilen. Das ist Mathematik. Das Rechnen, diese Rechnen, Vorschriften, die wir in der Schule machen, versuchen eigentlich nur den Schüler diesem Denken näher zu bringen. Also wenn auch Leute sagen, äh, wofür brauche ich jetzt Mathematik? Das ist, glaube ich, nicht die richtige Frage. Es geht darum, dass du eine bestimmte Art von Denken beigebracht bekommst. Meint ihr das, dass das in der Schule falsch beigebracht wird einfach? Ja, teilweise. Also wenn man schaut, also es ist ja wirklich traurig, dass so viele lehrt. Die Schüler kommen raus aus der Schule und können manchmal selbst sich überbruchrechnen. Ja, weil man es halt so schlecht vermittelt bekommt. Also ich hatte auch über, irgendwann habe ich mich so gesperrt dagegen, weil ich einfach überhaupt keinen Bock mehr hatte. Es ist halt diese negative Spirale, die mit Frust zu tun hast. Also du kommst rein, peilst ein bisschen was nicht, frustest, sagst kein Bock mehr drauf, dann peilst noch ein bisschen mehr weg. Und das Problem bei Mathematik ist, es ist eine Pyramide. Alles baut aufeinander auf. Wenn du einen Baustein nicht verstehst, dann bist du, sorry, am Arsch. Aber die Schule kann auch wenig führen. Die müssen halt 30 Schülern in einer Klasse, muss ein Lehrer Sachen erklären. Und das ist halt nicht möglich. Und da wollen wir wirklich nachhelfen. Genau, das ist nämlich auch eine Nachhilfe-App, sozusagen, die erklärt Schritt für Schritt, wie das vonstatten geht. Wie gesagt, ich kotze es an, dass es sowas früher nicht gegeben hat, als ich auf der Schule war. Sorry, unsere Schuld. Mein Buch hat die App Lösungen auf Gleichungssystemen mit 19 unbekannten und 50 Gleichungen. Das wäre hilfreich, zumindest für mich. Das können wir leider nicht machen, noch nicht. Doch, natürlich, glaube ich. 90 Gleichungen, wenn das Gleichungssystem mit den Google-Lösungen sind. Ich hoffe ja, ganz ehrlich, für die beiden, dass die nicht die neuen Mark Zuckerberg sind, weil dann trennen die sich in mehreren Jahren und streiten sich dann irgendwann vor Gericht um die Firma. So, wir gehen jetzt mal rüber. Math42 Nord, Math42 Süd. Bei Nick und ich, wir sind ja dafür bekannt, also wir haben ja heute unsere Einkaufsbon vom Supermarkt um die Ecke mit eurer mathematischen Formel nachgerechnet. Das lief alles, war alles perfekt. Aber weiter darüber hinaus reicht das Ganze nicht. Und wir wollen jetzt einfach mal uns in unsere persönliche Höhle der Löwenwagen und mit euch rüber an die Formelboards gehen. Oh mein Gott, warum habe ich nur Ja gesagt? Wir werden jetzt hier mal ganz kurz gucken, wie es denn wirklich um uns steht. Okay, also ich kann mal ganz kurz vorwegnehmen, es steht schlecht um uns. Das ist die Schwere auch. Das ist die schwere Aufgabe, die kommt später ran. Du musst nochmal eins nach vorne nehmen, weil zuerst werden nämlich Maurice und ich gegeneinander rechnen. Gegeneinander? Nick, gegen Maurice. So, ich sag euch mal, was die Aufgabe ist, okay? Es ist ein Bruch. Es ist ein Bruch, das ist richtig erkannt. Dafür gibt es schon mal fünf Punkte. Ach man, das hätte ich auch gewonnen. Ja, aber zu spät. Ach Gottchen, das ist ein Bruch. So, okay. Ich hab schon. Wisst ihr noch, was Brüchigkürzen ist? Oh ja. In welcher Schulklasse kommt das ungefähr dran? In der siebten, achten Klasse. Gut, ist bei mir schon ein Stückchen her. Wird ihr mal ruhig? So, okay. Ihr müsst jetzt finden, also beim Brüchigkürzen geht es darum, aus beiden, also aus dem Zähler, die Zahl oben und aus dem Nenner, die gleiche Zahl rauszuteilen. Also, was ist 35? Das müsst ihr finden. 35 ist x mal y. Irgendwas, 5 mal 7 zum Beispiel jetzt in dem Fall. Könnt ihr das kürzen? Können wir loslegen? Hä? Wie kürzen? Ja. Okay. Okay, schreib mal 35 als 5 mal 7. Hey! Ach so, ah, jetzt habe ich es wieder verstanden. Hätte ich einfach gesagt, kann das nicht. Ich möchte ganz kurz festhalten, das ist das Einzige, was ich können werde jetzt. High five! Ich bin sehr, sehr schade auf dich. Gut, also ja, ich habe es jetzt dann auch verstanden. Es war sehr anschaulich, ich habe es aber, ne? Sorry. Also, wir sollen mal ganz... Du kannst es gerne nochmal erklären, wenn du magst. Also, ich hätte jetzt die 7, wie oft war es die 7 in 35? Genau, du hast halt hier oben 7 und unten ist 35 halt 5 mal 7. Ja. Können wir auch hinschreiben. Also, weil einfach unten oder ist gleich oder was auch immer. 7. Ach so, 7. 7 durch. Mal 1 zum Beispiel. 7 mal 1. 7 mal 1. Durch. 5 mal 7. Und jetzt kannst du die 7 raussteilen. Rausstreichen. Ach so, ach, das ist ja mega. Das war ja früher total easy. Ach so, ach so war das. Du hast das total kompliziert gemacht. Für mich ist das ja immer wie Tetris. Also, ich fange dann immer an, so Bausteine nebeneinander zu legen im Kopf und gucke. Egal, gut. Ja, gut. So, jetzt haben wir aber noch was vorbereitet und zwar, Maxim, hast du eine Aufgabe noch aufgeschrieben und wir werden, Maurice und ich, zusammen gegen Raphael sozusagen eine Aufgabe lösen. Kleiner, kleiner Mathe-Battle. Dafür muss ich jetzt einen kleinen Bonus. Ja, wir haben die Mathe-App sozusagen. Ah, wir dürfen also schmulen. Wir dürfen die Mathe-App benutzen. Okay, machen wir Arbeitszeitung. Ich schreibe, du nutzt die App. Genau. Ich flehe euch an, ja. Ich ertrage für ein Besserwissertum nicht mehr. Ihr müsst denen jetzt mal einfach mal eine draufgeben. Einfach mal zeigen, wo der Hammer ist. Nicht, dass es heute der Tag ist, an dem die App dann irgendwann nie wieder funktionieren wird, weil ihr euch trennt. Aber wir brauchen schon so ein bisschen Vorsprung, glaube ich, oder? Nee, ich glaube nicht. Ihr habt die App und er muss normal vorrechnen. Also, ich habe hier die App, dass ihr das mal sehen könnt. Ja, da gibt die Aufgabe ein, da muss man dann einfach das eingeben, was da steht und in der Hoffnung, dass sie auch so funktioniert. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, weil ich wusste auch die... Ich bin ja gespannt, ob du weißt, wie man das hoch zwei eingibt. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich da. Okay, gut. Wir müssen jetzt anfangen. Also, wir müssen jetzt anfangen. Du ohne App und wir mit App. So, das ist eine Gleichung mit mehreren Unbekannten. Das kann ich schon mal sagen. Eine unbekannte. Eine unbekannte X, ja. Sie steht mehrmals da. Genau. Einfach eingeben. Ach so, einfach eingeben. Okay. X. X. Und jetzt das hoch. Das ist da, über der Wurzel. Das da? Genau. André, jetzt zeig doch nicht, dass der Wurzel ist. Soll doch mal hier rüber. Ja. Plus. Acht. Acht. Äh, X. Äh, was? Plus zwölf. Ist gleich null. Zwölf ist null. So, einfach mal. Und jetzt? Einfach überlösen drücken, oder? Jetzt wird das an eure Oompa Loompas im Serverraum geschickt. Nee, das passiert alles auf dem... Ah! Jetzt hinschreiben, hinschreiben, hinschreiben. Was ist denn da? Einfach hinschreiben, einfach Lösungen hinschreiben. Ähm, was? Lösung überprüfen. Hey, ey, ey, ey. Ich schau dir doch ein bisschen mal. Ich brauche ein bisschen. Ah, yes. Also wir haben ja jetzt hier keinen Lösungsweg, natürlich. Ja, ein Lösungsweg ist für die Schule. Hier geht es uns gewinnen. Aber ohne Scheiß, krass. Das ist wirklich, vor allem, dass nicht nur ein Ergebnis gezeigt wird, sondern eben auch der Lösungsweg, den du dann ja nachvollziehen kannst, ist schon geil. Weil es ist nämlich nicht wie bei einem Taschenrechner, wo du zum Beispiel... Wie lange brauchst du eigentlich noch Raphael? Mann Raphael! Es kann doch nicht sein, dass das, was ich gemacht habe, mich schlägt. Ironie des Schicksals würde ich das meinen. Das ist aber echt hochinteressant. Genau, und wenn du was nicht verstehst, dann drückst du einfach auf das kleine blaue Dreieck, was daneben steht. Wenn wir hier raufschauen. Ah, sorry. Kleinen Dreieck. Wie viele Frauen kann man damit eigentlich abschleppen? Ohne Ende. Mathe ist so sexy. Also Mathe, ich fang einfach an so in Bars zu gehen, Matheformel zu rezitieren und alle fliegen auf. Thomas haut mich sogar aus. Genau. Ich finde es faszinierend und ich finde es großartig. Achso, wir müssen jetzt hier mal gucken, was du raus hast. Ist richtig? Ja, stimmt. Deine Schrift ist geil, aber... Ist richtig, aber hat halt lange gebraucht. Ja, aber ich bin sehr neidisch, dass er das auch ohne konnte. Ich hätte ja jetzt überhaupt keine Ahnung, wo ich da überhaupt alles habe. Aber du hast lange gebraucht, war das falsch mit dir? Aber... Aber das coole ist, wenn jetzt ich jemanden, der keine Mathematik mehr braucht, ja, so im Leben eigentlich, weil ich ja durch bin mit der Schule, mich da auch drauf verlassen habe, es nie mehr zu brauchen, könnte ich mir sozusagen solche Sachen, die man damals mal gelernt hat, auch wieder auffrischen. Klar, das könntest du auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das... Sinnvoll ist, ne? Ich würde dir nicht sagen, wenn du jetzt Musikerin bist oder Moderatorin bist, dann würde ich dir nicht sagen, hey, die lernen jetzt mal in die Quadratische Ergänzungen zu verhindern. Ja, aber es ist doch total sexy, wenn man auch als Frau ein bisschen matte kann. Das können viele Frauen. Das ist ja nicht der Fall. Ich merke schon, es knistert in der Luft, ja. Die Funken sprühen zwischen Maxim, Raphael und Nick. Dankeschön, dass ihr hier wart. Sehr, ich wünsche euch unglaublich viel Erfolg. Die App gibt es inzwischen auf Russisch, auf Französisch, auf Spanisch unter anderem. Chinesisch. Chinesisch ist auch dabei. Das heißt also wirklich international wird im Moment mit eurem Produkt gerechnet. Das ist echt faszinierend. Das Ganze heißt Math 42 oder Math 42. Genau. Könnt ihr euch demnächst hoffentlich dann auch auf einem Android-Gerät runterladen, dann kann ich mich auch umrollen. In den nächsten paar Monaten. Geil. Also viel Erfolg euch beiden.